Hurra, Kinderlieder! Ich mach das, nicht du. Wer schließt unsere Haustür auf? Ich mach das, ich bin da. Wer packt unseren Einkauf aus? Ich mach das, viele, viele Äpfel. Wer schüttet Milch in einen Topf? Ich mach das, bravo, getroffen. Wer drückt beim Aufzug auf den Knopf? Ich mach das, bravo, getroffen. Und du machst das gut, du machst das gut. Wer schiebt Flaschen in den Automaten? Ich mach das, wer frisst die auf? Wer erntet Obst in unserem Garten? Ich mach das, grün, äpfel. Wer knetet Teig für unseren Kuchen? Ich mach das, lecker, lecker. Erst backen. Wer kann mal mein Aua pusten? Autsch. Ich mach das. Ah, schon besser. Und du machst das gut, du machst das gut. Richtig gut. Du machst das gut, du machst das gut. Ich dachte schon, heute muss ich alles ganz alleine machen. Doch zum Glück bekomm ich Hilfe bei so vielen Sachen. Wer geht mal an mein Handy dran? Ich mach das. Hallo, Pups, Kanone. Wer zieht den Stöpsel aus der Wanne? Ich mach das. Luka, luka, luka. Wer sucht noch ein Büchlein aus? Ich mach das. Das hat 500 Seiten. Wer macht jetzt sein Lichtlein aus? Ich mach das. Äh, bin ich müde. Hurra, hier gibt's noch mehr lustige Kinderlieder. Abonnier den Kanal und verpass kein einziges.